So, was geht denn ab? Grüße euch erstmal. Ja, wieder sind zwei Tage rum. Der nächste Stream steht an. Alter, dieses scheiß Mikrofon von TS. Es piept immer noch scheiße rum, Alter. Warte mal. Leise. Ja, so, jetzt piept es nicht mehr. Es piept immer noch, Alter. Scheiße hier, ey. Ich zieh dich jetzt raus, ey. So. Rausgezogen. Jetzt kann es nicht mehr piepen. Draußen ist übelster Wind. Wind. Das Wetter war jetzt das Wochenende nicht so brillant. Also eher so Regen und Wind und Sturm und keine Ahnung. Also das Wochenende war eher so zu Hause rumhängen, Sport machen und abhängen. Ja. Morgen soll aber das Wetter wieder richtig geil werden. Richtig schön Sonne und so. Dann werde ich mir endlich mal auch einen Stuhl besorgen, denke ich. Und mal gucken, ob ich mein Studiomikrofon dann Kabel kriege hier. Habe ich ja in Deutschland vergessen, das Kabel. Deswegen läuft momentan ja noch das Mikrofon von der Webcam im Stream. Aber ansonsten, ja. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns gleich. Ich werde den Stream um, es ist jetzt hier 15 Uhr. Bei euch ist es dann 16 Uhr. Dann werde ich mal den Stream, denke ich, um 18 Uhr anschalten. Ja. Wenn ihr Bock habt, guckt ihr um 18 Uhr vorbei. Wird wahrscheinlich so bis 24 Uhr, 23, 24 Uhr gehen. Also wenn ihr bis dahin noch irgendwie die Zeit findet oder so. Guckt vorbei. Ich würde mich freuen. Aber ja, das reicht jetzt auch mit Ankündigungsvideo. Und ja, haut da rein. Bis gleich. Und ja, ich werde auf jeden Fall sehr viel Blitzkrieg spielen wollen. Keine Ahnung. Er macht mir wieder richtig viel Spaß. Und ein bisschen so Jungle reinkommen und so. Pipapo. Wir sehen uns gleich. Gut. Erstmal wieder hier ausdrücken. Dann geht das gleich.